Ja Leute, herzlich willkommen zurück zum neuen Paso YouTube Us Live 2 Nintendo mit Lagerraum Also müssen wir hier noch ein Foto machen Halten Was heißt hier Ö? Ok, F Nein Tagebuch Und dann steht hier Lest 20.400 So Strike Ballows Und diese Nights are getting shorter Like of energy I conquer In my soul This is real These Nights are getting shorter In my soul This is real Oh Hoppala Hopsala Da hab ich irgendwie Ganz, ganz großen Fehler gemacht Ja, äh, ich weiß nicht was mir da auf einmal passiert war Also Need Point Und 238 haben wir auch ne bessere Graph Card Aber Besser die gute CPU drinne Ja, RAM Aber den Ram, den können wir erst verkaufen. Dann gehen wir ganz schön auf den Kader hin. Aber wir müssen... Also wir müssen, ähm, ganz schnell, neun, also wir nehmen einfach das Video auf. Wir müssen, ähm, ganz schnell, neun, also wir müssen, ähm, ganz schnell, neun, also wir müssen. So, ähm, ja okay. 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 Okay. Wieso will ich das gerne haben? Ich muss jetzt mal kurz muten. Okay. Da wäre Adam. Ja, der wieder ausgesprochen wird. Wie ich bearbeite. Bearbeite. Das ist da. Das haben wir uns selber so zu schreiben, dass das so komisch geworden ist. Das ist so komisch. Bearbeite. 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 ... ... ... ... ... ... Pia 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 3 3 7 7 7 7 7 7 Und Breaking Evil, damit haben wir das Spiel da. Nein, nicht jetzt. Let's set. Gott. Deshalb haben wir definitiv nicht. Weißt du was, da holen wir noch zwei Videospiele auf einmal. Okay. So. 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 da wir heute nur glück das weiß jetzt nicht wie es aussieht und die werden wir wieder aufnehmen da war ja schon sonntag den vierzehnten da haben wir wieder die Klaue mit der wir drehen und damit haben wir heute also in dem part okay Ich weiß nicht mehr wie viel wir da haben sollen. Ich weiß nicht mehr wie viel wir da haben sollen. Ich weiß nicht mehr wie viel wir da haben sollen. Ich weiß nicht mehr wie viel wir da haben sollen. Ich will keep facing, safe from dying, ah, cause you are all I need, ah, the reason I break. Eh, I can't... I can't get that set in. I can't get that set in. Nein, das ist doch wieder das falsche Programm geschlossen. So, und jetzt können wir endlich nochmal das letzte Upgrade vornehmen. So, das heißt mit dem PC, dann gucken wir mal, wie weit wir da kommen. So Leute, dann werde ich jetzt eher den Papier enden, bevor der Akku noch leer geht. So Leute, damit würde ich sagen, war es das für ein Part. So dann, ciao. Bis zum nächsten Mal.